ganz ganz tolle rüde ist das hat auch richtig schön sanfte augen ist ziemlich groß das sieht man jetzt vielleicht nicht aber er wird so an die 70 cm haben er ist hier noch größer also die sind verträglich sind nicht futterneidisch definitiv nicht weil sonst könnten wir das hier das spielchen nicht die ganze zeit machen und wir müssen uns auch nicht bücken das ist sehr praktisch in unserem alter sind drei ganz tolle hunde also für herdenschutzmischlinge er erinnert mich ein bisschen auch an bernardina kann aber blödsinn sein weil er ist einfach riesig er mag nicht so gerne frohlich also er ist nicht für frohlich werbung geeignet du hingegen schon also wirklich drei absolute traumhafte xxl hunde keine selbstbedienung nein ganz toll seid ihr also is wo guys finden Termini so Untertitelung des ZDF, 2020